Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur Frühlings-Frühjahrslegung 2022. Wir schauen gleich bei den Jungfrauen rein. Springt einfach weiter, ich werde unten die Starts bei den anderen beiden Sternzeichen angeben, dann könnt ihr gleich vorspringen. So, bitte für die Lieben Jungfrauen im Frühjahr 2022, die Katze Nummer 28 und noch eine Glückskarte. Okay, so, alles klar. So, als Grundenergie fürs Frühjahr haben wir Beansprüche, deine Unabhängigkeit und lass los. Also, meine lieben Jungfrauen, hier wird etwas losgelassen und Unabhängigkeit zeigt es hier an, ganz klar. Du hältst an dieser Sache schon viel zu lange fest, es wird Zeit, sich etwas Neuem zuzuwenden und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Ja, sehr, sehr schöne und sehr klare Botschaft hier auch für dich. Also, was hier im Frühjahr natürlich hier anzeigt, ist Unabhängigkeit, wirklich etwas Altes, einfach hier loszulassen. Wirst du hier auch loslassen im Frühjahr, wo du an gewissen Dingen noch festhältst, die dich im Grunde nicht weiterbringen, die dich nur aufhalten, ja, und dich Neuem zuzuwenden, dich öffnen für Neues, dich vielleicht auch aus Abhängigkeiten zu befreien. Und ja, diesen Spruch fände ich sowieso wunderschön. Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Denn jeder Anfang hat immer einen gewissen Zauber in sich, und zwar diesen Zauber des Unwissenden, des Unbekannten. Ja, man weiß nicht wirklich, wie es ausgeht, wenn man etwas komplett Neues versucht, ausprobiert, macht. Ja, das ist einfach dieser Zauber des Anfangs, der einfach wunderschön sein kann und auch aufregend natürlich, ja. Etwas Neues zu versuchen ist immer aufregend. So, was zeigt es hier noch an? Die Hohepriesterin, ja. Was bei euch vielleicht schon in einem Gefühl herrscht, bei manchen in einer Vision, ja. Man sieht es hier ja auch schon, es hängt ja nur mehr daran, dann das Alte loszulassen. Also, ihr habt ja das Neue quasi schon vor eurem inneren Auge. Ihr habt das Neue schon vor eurem inneren Auge. Es geht hier dann nur mehr darum, das Alte loszulassen. Das kann hier sein. Ein Beruf, ein Alter, der euch noch festhängt, der euch noch aufhält vor dem Neuen, das ihr bereits in euch schon trägt, ja. Ja, das kann natürlich auch eine Partnerschaft sein, eine Freundschaft, ein komplett neues Projekt, ein neuer Verein, den ihr vielleicht beitreten möchtet, was auch immer, ja. Ein neuer Wohnort, dass ihr euch vom Alten hier trennt und vielleicht in ein neues Land seht, in einen neuen Wohnort wechselt. Das kann ja alles hier sein, aber es geht hier grundsätzlich um die Unabhängigkeit. Vielleicht machen sich ja auch viele selbstständig mit ihrer Idee, mit ihrer Vision einfach. Ja, und hier gilt es halt einfach wirklich, diesen Schritt dann auch zu wagen. Die 28 zeigt ja auch dieses, diese 2, ja, einfach dieses Abwägen, auch diese Verbindung schaffen und das 8 dann, den Schritt zu gehen, auch ins Ungewisse. Hier das Gericht, ja, dieser Aufwachprozess, beziehungsweise ein gewisser, eine gewisse Auferstehung hier, ja, vom Inneren, dass man hier sagt, alles, was ich in mir bereits trage, in meinem Inneren visualisiere, die Vision, die ich im Inneren trage, jetzt hier nach außen zu bringen und hier wirklich auferstehen lasse, ja, hier wirklich auch nach außen bringe und meinen inneren Geist hier nach außen trage, es nach außen zeige, es ausspreche, nicht mehr nur für mich behalte, ja, sondern es hier nach außen lasse und hier mit den 7 der Münzen, ja, wo hier einfach bereits auch Wurzeln dann da sind, ja, die man schon heimlich hier langsam gesät hat, ja, man erntet hier, was man sieht und man sieht hier dann im Frühjahr schon, dass hier schon ein kleines Bäumchen, einfach gewachsen ist aus diesen Samen, die man bereits gesät hat, aber es dauert halt noch ein bisschen, aber man sieht, es geht stetig vorwärts, ja, etwas Altes muss noch hinter sich gelassen werden, dann wird es dann noch schneller gehen, es geht hier um die Unabhängigkeit, dass man sich hier auch von niemandem mehr aufhalten lässt, ein, zwei Karten noch bitte, ja, und hier zeigt sich noch die Königin der Kelche, dass ihr hier eurem eigenen, eurer eigenen Intuition hier folgt, auch mit der hohen Priesterin und euch da wirklich führen lässt und euch hineinspürt in euch, was tut euch gut, was ist jetzt der richtige Schritt für euch und mal auf euch hören und nicht nur, was die anderen sagen, sondern wirklich auf das, was euch gut tut, was hier auch für euch wirklich gut ist, ja, wo ihr euch wohl fühlt, ja, ich meine, man soll sich ja hier auch wohl fühlen, denn nur in einem, in einer Umgebung, in der man sich wohl fühlt, kann ja auch wirklich etwas erwachsen und erblühen. Ja, sehr schön, wir schauen weiter hier mit dem Wagen. So, meine lieben Wagen, wir schauen ins Frühjahr 2022 und es zeigt sich hier der Frosch mit der Nummer 18. Dann ziehe ich noch eine Glückskarte für euch. Okay, es zeigt sich hier, der Frosch misste aus und sei vorsichtig, manchmal wirkt eine Idee auf den zweiten Blick nicht mehr ganz so verlockend. Du solltest dein Glück nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Okay, also es kann hier durchaus bedeuten, dass du hiermit etwas abschließt, ja, wo du vielleicht anfangs dachtest, das wäre eine gute Idee beziehungsweise eine sehr verlockende Sache, aber es könnte hier durchaus sein, dass du sehr viel verlieren könntest beziehungsweise dein Glück hier aufs Spiel setzen könntest in einer bestimmten Sache. Also misste hier gewisse Dinge aus, ja, die dich vielleicht, gewisse Ideen, wo du denkst, ja, es ist vielleicht doch nicht so gut, war vielleicht eine anfängliche Euphorie, aber langfristig betrachtet ist es vielleicht doch nicht das Beste für mich, ja. Hier vielleicht von gewissen Ideen Abstand zu nehmen und vorsichtiger zu sein. Was konkret zeigt es hier an? Wir haben hier den Ritter der Stäbe. Also, vielleicht hier auch gewisse Menschen hier auszusortieren, ja, beim Ritter der Stäbe zeigt es hier natürlich klar an, gewisse Personen, die hier zuvor schnell handeln, die hier einfach in dein Leben preschen, alles durch Wüsten und dann schnell wieder von dannen ziehen. Solche Personen hier nicht mehr leichtfertig in dein Leben zu lassen, sondern hier eher auszumisten, ja. Personen, wo du hier einfach merkst, ja, die kommen hier in mein Leben und, so, die kann ich jetzt nicht nehmen, die sind fast identisch mit dem Vorreden, und die kommen hier in mein Leben geritten, bringen alles durcheinander und, ja, ich habe dann danach nur Chaos. Also, sei hier vorsichtig und misste hier aus, ja. Egal, ob das hier, ja, höchstwahrscheinlich Personen, ja. Personen, Situationen, vielleicht auch eine gewisse Arbeitssituation, die dir ja einfach nicht mehr gut tut, die dich hier vollkommen ins Chaos ständig bringt. Ja, man sieht ja auch, die zwei Schwerter hier ist definitiv eine Entscheidung deiner, fällig, notwendig, wie beim Ausmisten eben, ja. Dass man hier wirklich von außen drauf schauen muss, was tut mir hier noch gut und bringt mir diese ganze Aufregung hier etwas, ist das gut für mich, ja. Auf den ersten Blick ist es immer sehr spannend, wenn da wer in mein Leben rauscht und hier alles durcheinander bringt. Aber ist das hier wirklich gut und sinnvoll ständig? So, und hier noch eben, ja, der Gehängte mit den zwei Schwertern zeigt einfach dieses Nachdenkliche, diese Situation aus einer anderen Sichtweise zu betrachten, ja. Das wird im Frühjahr hier sehr stark sein, aber es zeigt sich hier schon der Neubeginn, eine leichtere, ähm, eine, du möchtest hier dann eine leichtere Sichtweise, eine leichtere Zukunft, nicht mehr dieses Chaos hier, das hier, ja, ich sag mal, zwei Wochen nichts und dann vollkommenes Chaos hier. Du möchtest hier Balance, Leichtigkeit, ähm, neue Dinge, neue Wege gehen, in Harmonie, ja, in Frieden und, ja, hier sieht man auch diesen 180 Grad Wandel und du wirst dir überlegen, was ist hier dazu nötig, was brauchst du hier, das Ganze auch in Waage, in Balance zu bringen, denn für die Wagen ist das natürlich, ähm, dieses Chaos von Haus aus, ähm, ja, nicht ihr, ihr Feld, ja, sie möchten immer alles gern im Balance haben natürlich und darum geht's, wie du das schaffen kannst, musst du vielleicht etwas ausmisten, vielleicht musst du hier gewisse Arbeitsweisen, gewisse Verhaltensweisen auch ausmisten, vielleicht auch gewisse Glaubenssätze ausmisten, vielleicht auch gewisse Personen, ja, ja, darum wird es im Frühjahr hier bei dir gehen und wir starten hier weiter zu den Skorpionen. So. Hallo meine lieben Skorpione, oh, da fliegt schon die erste und es ist wieder die Katze, die war schon bei den Jungfrauen. Bitte noch eine Glückskarte dazu. Worum geht's bei meinen Skorpionen? Okay, also bei euch ist eher so, ähm, es geht hier auch um eure Unabhängigkeit, also ihr möchtet jetzt hier unabhängig sein und hier eure Wege gehen, eure eigenen individuellen Wege und dafür ist die beste Zeit jetzt und zwar hier jetzt im Frühjahr gegeben. Denke nicht an gestern oder morgen, heute steckt voller wunderbarer Möglichkeiten, sorge dich weniger und tu es einfach und am Ende wartet das Glück auf dich. Wer nichts wagt, der darf nichts hoffen. Also ich sehe für euch im Frühjahr hier wirklich Tatendrang, also ihr wollt euch in irgendeine Sache hier einfach sprengen, wollt hier raus aus irgendeiner Sache und euch unabhängig machen, ob das beruflich ist, euch selbstständig machen, ob ihr euch in einer Partnerschaft unabhängig macht und die Regeln ändert in einer Beziehung, was auch immer. Ja, auf jeden Fall möchtet ihr einen gewissen Rahmen hier wirklich sprengen und das am besten sofort jetzt gleich im Frühjahr. Das, ja, wer nichts wagt, der darf nichts hoffen und ich sehe hier auch einen extremen Mut, wo ihr wirklich auch eure eigenen Grenzen hier überschreitet im Frühjahr, was ihr euch vielleicht bisher nicht getraut hattet. Ja, ja, oh, nein, jetzt haben wir ein paar verloren, aber die vierte Kelche zeigt sich, Moment, ja, hier eine gewisse Unzufriedenheit, euch wird was geboten, aber es ist nicht wirklich das, was ihr eigentlich möchtet und das ist hier ganz klar, ja. Diese Umgebung, in der ihr euch befindet, die ist euch einfach schon zu, ja, das kennt ihr alle schon. Ihr wollt jetzt hier stark vorausgehen, ja, stark nach außen treten und jetzt mal wieder etwas wagen. Ihr möchtet einfach jetzt mal wieder etwas riskieren, etwas mutiger sein und hier unabhängiger werden und irgendwie langweilt euch das hier schon, habe ich so das Gefühl, diese Umgebung, in der ihr euch befindet, ja. Langweilt euch hier schon etwas und man sieht hier die zwei der Münzen, wo ihr hier einfach auch abwägt, eine gewisse Entscheidung vielleicht treffen müsst, aber ihr seid hier schon auf dem Weg, ja. Es ist vielleicht ein sehr einfaches Leben oder beziehungsweise ein sehr einfacher Weg, den ihr gerade geht, aber ihr habt hier euer wichtigstes Gepäck mit, ja, mit dem ihr abwägen könnt und ihr macht euch hier schon langsam hier raus aus dieser, ja, Langeweile, Unzufriedenheit. Ihr sagt, ihr geht hier jetzt einfach los, in dieser Wüste quasi, in dieser Langeweile, ihr geht hier einfach los und in diesem Losgehen, in diesem Losgehen geht es dann plötzlich rasant vorwärts, ja, wirklich massiv rasant mit dem Wagen dann und, ja, mit dem hattet ihr fast nicht gerechnet eigentlich, aber ihr seid hier einfach mal rausgegangen aus dieser Unzufriedenheit, aus dieser Langeweile, seid mal einfach hier losgegangen oder werdet im Frühjahr hier einfach losgehen, einfach hier rausgehen, ja, mit euren Entscheidungen. Es zeigt hier ihr an, mit euren Entscheidungen, die ihr getroffen habt, geht ihr hier so raus aus einer Situation, die euch nicht erfüllt hat und plötzlich kommt hier alles in Fahrt, hier die vierte Stäbe, was hier Menschen, Personen, Feierlichkeiten, eine Beziehung, ja, hier feiern die Leute und da kommt hier dann alles in Schwung und das ist aufgrund dessen, dass ihr hier einfach rausgegangen seid, ja, und hier die sechste Stäbe noch mit dem Sieg beziehungsweise sogar mit richtiger Anerkennung, ja, wo ihr auch immer hier hingeht, also euch wird hier richtig Anerkennung zuteil und ein gewisser Sieg in einer gewissen Situation und man sieht ja auch, dass ihr hier richtig eben diese Unabhängigkeit auch möchtet, die ihr dann auch erreichen werdet und ihr hierfür richtig etwas wagen müsst, ja, ihr müsst hier wirklich Mut aufbringen und, ja, das sieht man hier wirklich sehr schön, wie ihr hier rausgeht und man erntet, was man seht, also ihr tut hier etwas, ihr geht hier vielleicht in eine unbestimmte Richtung, wo ihr nicht ganz wisst, wie es ausgehen wird, aber ihr macht euch hier einfach unabhängig auf dem Weg, weil euch diese ganzen Kelche, die euch hier gereicht werden, nicht mehr erfüllen und plötzlich kommt dann alles in Fahrt im Frühjahr und man sieht hier diese Ernte, die ihr hier einfahren werdet, ja. Es kann hier viele Bereiche hier treffen, vielleicht sogar in allen Bereichen, kann ich mir hier auch vorstellen, wenn ich hier wirklich komplett alles verlasse und hier zum Beispiel in ein neues Land sogar geht, also kann das hier wirklich in allen Bereichen hier zum Positiven führen, ja. Wenn ihr hier eine Arbeitssituation verlässt, ja. Und hier vielleicht einfach mal weg geht, ohne dass ihr wisst, wohin, ja. Können sich hier plötzlich Möglichkeiten ergeben, ja, mit denen ihr gar nicht gerechnet hattet. Genauso in einer Beziehung hier, ihr geht hier einfach mal raus und hier ergeben sich dann plötzlich vollkommen neue Wege, neue Türen öffnen sich hier. Das zeigt es hier wunderbar an, ja. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.